Moin Leute, heute teste ich zwei Komplettpakete für eine Balkonsolarenlage und zwar von der Firma Enker. Mit Halterung und allem, was man so benötigt. Das ist eigentlich alles dabei. Was richtig geil ist, Professor Stefan Krauter von der Uni Paderborn supportet mich ab jetzt. Also ich schicke ihm quasi die Wechselrichter zu und er und sein Team messen professionell den Wirkungsgrad bei verschiedenen Leistungen und auch wie sich das Gerät bei hohen Temperaturen verhält und so weiter. Also viel tiefer können wir in die Kisten nicht reinsehen und wir können die wirklich alle miteinander vergleichen. Also das ist schon ziemlich cool. Bevor es aber losgeht, ich habe eine Bundestagspetition gestartet und versuche gemeinsam mit dem Verein Balkonsolar gegen die Bürokratie von Balkonsolaranlagen vorzugehen. Wir brauchen aber 50.000 Unterschriften in vier Wochen. Wir sind schon ziemlich weit, aber wir brauchen noch was. Also bitte, bitte helft uns. Das ist auch für euch cool. Jo, also das ist ein komplettes Set mit allem, was man so braucht. Das Set kann man am Balkon befestigen oder wie in meinem Fall auch einfach auf den Boden stellen. Denkt dann aber bitte an die entsprechende Beschwerung. Im Background läuft mein Aufbau ab. So könnt ihr also sehen, wie das so in etwa abläuft, wie man das aufbaut und wie der Aufwand ist. Für mich war das pro Set so ungefähr eine Sache von 20 Minuten, wobei ich das natürlich nicht zum ersten Mal mache. Also ich sage mal, ich habe da schon Erfahrung, deswegen geht es vielleicht was flotter. Das Set besteht aus dem Wechselrichter, den Modulen, der Halterung für den Balkon oder halt wie gesagt zum Aufstellen. Das kann man so oder so machen, einem Sicherungsseil und allen Kabeln und Schrauben, die man so braucht. Und es ist wirklich alles dabei tatsächlich. Man kann das so einfach dann in die Steckdose anschließen. Es gibt das Teil einmal mit Halbzellenmodulen für 890 Euro, also mit normalen PV-Modulen, wie man die so kennt, oder mit einem hocheffizienten IBC-Modul. Was ist der Unterschied? Naja, normale Module haben halt diese Frontkontakte, also diese kleinen Stromleitungen. Und die nehmen natürlich Sonnenlicht weg und senken damit ganz einfach die Effizienz, weil die natürlich kein aktives Material sind, so gesehen. IBC-Module haben das tatsächlich nicht. Die Kontakte sind hinten. Das kann man hier auf den Videos, die ich euch gezeigt habe, auch glaube ich ganz gut sehen. Ihr seht, das eine ist komplett schwarz und das andere, da sind diese kleinen Linien drin. Und das sind tatsächlich einfach kleine Käbelchen quasi. Und das hier gezeigte Modul, das IBC-Modul, hat einen Wirkungsgrad von 22,7% und das ist wirklich verdammt hoch für so die jetzigen Werte, die man hat. Das einfache Modul hat nur einen Wirkungsgrad von 21,3%, was immer noch sehr viel ist. Der Unterschied klingt natürlich sehr wenig und im Prinzip ist er das auch. Es sei denn, Fläche ist für euch ein ernsthaftes Problem. Also ihr habt wirklich wenig, wenig Platz und wollt den maximal ausnutzen. Vergleichen wir mal beide Module. Das IBC-Modul liefert 227 Watt pro Quadratmeter Fläche und das normale Modul liefert 212 Watt pro Quadratmeter Fläche. Also ihr bekommt ca. 7% mehr Leistung bei gleicher Fläche. Hier könnt ihr nochmal sehen, wie die benötigte Fläche für einen KW-Peak vom Wirkungsgrad abhängt. Und ihr seht, das ist tatsächlich nicht linear. Also kurzum, wenn ihr starke Platzprobleme habt und wirklich jeden Zentimeter ausnutzen wollt und euch der extrem hohe Preis auch scheißegal ist, also die sind wesentlich teurer, das muss man auch sagen, kann das Sinn machen. Ansonsten natürlich eher nicht. Dann würde ich zu den Standardmodulen greifen, weil der Unterschied ist ansonsten nicht besonders groß. Was uns aufgefallen ist, das Ding hier, also der Wechselrichter hat eine verdammt krasse Ähnlichkeit zum NEP 600 Watt Wechselrichter. Könnte ja sein, dass die baugleich sind. Also wer weiß, vielleicht haben die es nur umgelabelt. Und Professor Krauter konnte mir aber tatsächlich bestätigen, dass der Ankel-Anker-Wechselrichter deutlich effizienter unterwegs ist und die optische Ähnlichkeit daher nur reiner Zufall ist. Also nein, es sind tatsächlich nicht dieselben. Also wir haben das erstmal tatsächlich gedacht, weil ihr seht, wie ähnlich die aussehen. Ja, wollen wir mal einen Preisvergleich machen. Also nehmen wir mal aktuelle Preise. Ich habe jetzt mal versucht, so ein bisschen rauszusuchen. Unten sind auch die Links zu den Sachen, falls ihr das gerne haben möchtet. Zum Beispiel ein Holmelz HM600 Wechselrichter, der relativ gut ist, den man auch empfehlen kann. Der kostet auf Amazon 170 Euro im Moment. Wenn ihr dann noch zwei 410 Watt Module von zum Beispiel JaSolar nehmt, die habe ich, die finde ich ganz gut. Die liegen bei 140 bis 160 Euro pro Stück plus Versand, je nachdem, wo ihr kauft. Ich habe zum Beispiel immer bei Nils24 gekauft, aber es gibt auch viele Sammelbestellungsaktionen bei uns im Forum. Da könnt ihr auf jeden Fall nochmal günstiger wegkommen. Die Halterung in dieser Qualität würde ich jetzt mal ungefähr auf 2 mal 50 bis 60 Euro einschätzen. Da findet ihr aber auf Ebay und Co. mittlerweile eine riesen Palette. Schaut einfach, was für euch passt. Also Wand, Balkonmontage oder Bodenmontage. Da müsst ihr natürlich gucken, was ihr da haben wollt. Je nachdem ist es teurer oder halt auch nicht. Je nachdem, wo ihr auch befestigen müsst. Und wie immer, ich habe nichts mit den ganzen Shops am Hut. Kabel und so weiter gibt es ebenfalls bei Ebay oder auch beim ProfiNiss Shop. Leider haben die mittlerweile einen Mindestbestellwert von 1000 Euro, was schade ist. Aber wenn ihr euch zum Beispiel mit anderen zusammentut, könnt ihr dort zum Beispiel sehr günstig bestellen. Das ist wirklich kein schlechter Laden. Also meine Erfahrungen waren sehr positiv bisher. Was kostet denn jetzt so ein Kabel eigentlich bei Ebay zum Beispiel? Ein 5-Meter-Kabel mit 4 mm Dicke, was absolut ausreicht, liegt man so bei 16 Euro. Und nochmal ein normales Stromkabel mit Wechselrichteranschluss. Je nachdem, was ihr da für einen Anschluss habt. Da seid ihr für die Kabel und Kleinteile, sagen wir mal, bei 50 Euro insgesamt. Rechnen wir mal alles zusammen. Dann sind wir bei 170 Euro für den Wechselrichter, 280 Euro die Module, 100 Euro die Halterung und nochmal so 50 Euro Kabel, dann kommt ihr ungefähr auf 600 Euro raus. Wenn ihr jetzt noch versandt und pipapo noch so ein bisschen dazurechnet, dann kommt ihr vielleicht auf 650, im Worst Case auf 700 Euro. Wenn man richtig gut sucht, halte ich aber tatsächlich die 600 bis 650 Euro durchaus für machbar. Das Anker-Ding kostet momentan halt 890 Euro. Also da sind wir schon relativ teuer am Vergleich. Wie gesagt, dafür ist aber alles mit dabei aus einer Hand. Das passt alles und so weiter. Ist gut gemacht und dokumentiert. Das ist aber teuer, keine Frage. Es gibt auch Angebote von Netto und von anderen Discountern. Die kann ich im Moment nicht bewerten, nachdem ich die Wechselrichter einfach noch nicht gesehen habe und das Ganze nicht austesten könnte. Wenn ihr Bock habt, schickt mir die vorbei. Ich teste die sehr, sehr gerne durch und stelle die auch vor. Kein Problem. Der vermutlich wichtigste Wert beim Wechselrichter, das ist der Wirkungsgrad. Also wie viel von der Energie des PV-Moduls wird dann auch wirklich eingespeist und wie viel ist Abwärme und irgendein Rotz? Naja, das Problem ist jetzt tatsächlich, es gibt nicht nur diesen einen Wirkungsgrad, sondern die Wechselrichter sind auch noch unterschiedlich effizient bei unterschiedlicher Einstrahlung. Das macht es ein bisschen kompliziert. Also zum Beispiel bei 10% der vollen Leistung, also bei 60 Watt, wenn man jetzt 600 Watt nimmt als Peak, sind die Wirkungsgrade oft viel, viel tiefer. Und Professor Krauter, der Leiter für nachhaltige Energiekonzepte der Uni Paderborn, hat seine Hilfe angeboten bei der Messung dieses Wechselrichters. Das sieht wirklich nicht so schlecht aus, denn man kann super erkennen, dass der Wirkungsgrad tatsächlich sehr, sehr stabil bleibt. Bei schlechten Wechselrichtern geht der im niedrigen Leistungsbereich auch gerne mal auf 85% runter, also da geht es dann wirklich bergab. Okay, aber wie vergleichen wir das Ding jetzt mit einem anderen Wechselrichter? Wir können ja jetzt nicht alle im einzelnen Leistungsbereich, das ist ja Katastrophe. Deswegen machen wir es so, wir nehmen den sogenannten CEC-Wirkungsgrad und der sagt aus, wie stark welche Leistung eigentlich vorkommt oder wie oft eigentlich. Also zum Beispiel 10% Leistung kommen so in 4% der Fälle vor oder 4% der Zeit sozusagen und der Hauptteil liegt bei 50% Leistung, die dann so grob in 53% der Zeit vorkommen. So kann man jetzt aus den Einzelwerten oder dieser Kurve, die wir da gemessen haben, dann einen einzigen Gesamtwert machen und der Hersteller gibt genau den auch in seinem Datenblatt an, also können wir den auch direkt mit den Herstellerangaben vergleichen. Das könnt ihr hier sehen. Der Hersteller gibt für den CEC-Wirkungsgrad 95,5% an und gemessen haben wir 93,8%. Zum Vergleich, der beste Wechselrichter, den Professor Krauter und sein Team gemessen hat, lag bei 95,5% und der schlechteste bei 87,5%. Also liegen wir hier so eher im oberen Bereich. Das ist also alles soweit komplett in Ordnung. Hier könnt ihr jetzt einen ziemlich heftigen Test sehen und zwar haben die Wissenschaftler den Wechselrichter in eine Wärmekammer gepackt und die Luft auf 60 Grad aufgeheizt. Warum? Naja, wenn die Dinger tatsächlich mal heiß werden, was passieren kann, je nachdem wo die so sind, reagieren die sehr unterschiedlich. Also einige regeln dann runter, einige schalten ab und einige gehen auch möglicherweise kaputt. Und dieser Wechselrichter hat bei 60 Grad Temperatur auf ca. 400 Watt runter geregelt und darüber dann, also wenn es noch wärmer wurde, auf 250 Watt. Wenn die Temperatur wieder gesunken ist, auch wieder alles normal. Also es hat dann wieder auf Normalbetrieb zurückgegangen. Also das ist tatsächlich ein vorbildliches Verhalten. Das heißt, bei Übertemperatur leistet der Wechselrichter quasi dann noch das, was er kann und regelt sich selber eigentlich sinnvoll aus. Man muss jetzt dazu sagen, für unsere Breitengrade ist das natürlich eher ein Ausnahmefall, aber trotzdem ein Hinweis auf ein ordentliches Gerät. Ja, die App, ich finde tatsächlich, die geht so. Also sie zeigt an, wie viel man eingenommen hat und was momentan so passiert, also wie viel man momentan an Leistung hat. Das war es dann aber auch. Zudem hat man dort einen Registrierungszwang. Das heißt, ich muss mich da wieder in irgendeiner Cloud anmelden und man hat auch keine Option, diese irgendwie zu umgehen. Was mir fehlt, ist auch noch eine Smart Home-Schnittstelle, also eine Möglichkeit, die Daten selbst abzugreifen und für sein eigenes System zu nutzen. Ich hoffe, der Hersteller liefert das noch irgendwie nach. Das hätte ich jetzt ziemlich cool gefunden, weil ich habe mein eigenes Smart Home-System und möchte das sehr gerne dort haben und auch die Daten dort auswerten. Wie gesagt, ich nutze die App aber praktisch gar nicht mehr, sondern habe mir einfach einen kleinen Shelly 1PM zusammen zwischengeschaltet und tracke so, was man einnimmt und speichere mir das dann selber in meiner eigenen Datenbank ab und dann habe ich auch kein Problem damit. Das funktioniert ebenfalls. 1A kostet aber einfach nochmal 15, 20 Euro mehr. Ist ärgerlich, muss nicht sein, vor allem bei dem Preis. Eine andere Möglichkeit wäre, noch einen Sonoff zu nehmen mit einer Open-Source-Software im TASMOTOR. Das ist etwas günstiger. Okay, bevor ich zum Fazit komme, möchte ich euch nochmal auf etwas hinweisen. Und zwar unten in der Beschreibung ist noch ein Link zu einer Verlosung von 10 Balkonkraftwerken. Fand ich eine feine Sache. Könnt ihr mal gucken, wenn ihr Bock habt, macht mit. Wenn nicht, dann nicht. Aber ist echt, also warum nicht? Kann man ja mal machen. Ist auf jeden Fall eine coole Sache, um die ganze Geschichte nochmal nach vorne zu bringen. Okay, jetzt zum Fazit. Das Anker-Balkonkraftwerk ist zwar verhältnismäßig teuer, aber wirklich gut, würde ich sagen. Die Hardware fand ich komplett in Ordnung. Der Wechselrichter hat einen guten Wirkungsgrad, sogar im Teillastbereich und auch die Halterung und alles waren wirklich von guter Qualität. Also wer ein stressfreies Komplettsystem möchte, ist hier eigentlich ganz gut beraten, würde ich sagen. Es ist aber teuer, das muss man halt sagen. Also sie liegen hier wirklich nochmal 1-200 Euro teurer, als jetzt irgendwie, wenn man sich das selber zusammenstellen würde. Das sollte man sich natürlich überlegen. Dafür hat man die ganze Arbeit nicht. Die App ist, wie gesagt, nicht so mein Fall, weil Registrierungszwang klaut und keine Schnittstellen nach außen. Also für Smart Home, das fand ich so ein bisschen doof, muss ich sagen. Also die fand ich jetzt eher enttäuschend. Für einfache Zwecke ist die aber okay. Wenn einen die Cloud nicht nervt, kann man das machen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, tut es auch ein Shelly. Aber das sind dann einfach nochmal 15, 20 Euro drauf. Muss nicht sein, aber gut. Demnächst kommt auch nochmal eine Zusammenfassung der bisher getesteten Wechselrichter vom Professor Krauters Team. Also quasi ein großer Mikrowechselrichtertest. Also könnt ihr euch drauf freuen. Wird super spannend. Und bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.